Jo Moin, ihr fliegt und heute mein lieben Landraten und Rädchen da draußen, damit wieder herzlich willkommen zurück zu Bounty Train. Zusammen mit dem guten Waldo, wupp wupp, servus und hallo, oder auch tschut tschut. Ja, wird nie alt. So, wir haben ein Tagesprogramm uns letztes Mal noch aufgeschrieben. Wir fahren zuallererst nach Philadelphia. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Ich gucke, deswegen geht es nur mal rein in Indiana. Wir haben ein bisschen Ware und einen Passagier an Bord. Der Passagier, das ist der Zira, okay, das ist der, der nach Philadelphia muss. Haben wir nur noch jemanden anderen nach Philly? Die Ware, die gehört so? Gucke ich gleich. Erstmal Passagiere durchgehen. Okay, okay. Ware, was haben wir denn an Bord? Warte, wir haben Werkzeug, Werkzeug haben wir dabei in horrenden Mengen. Werkzeug in Philadelphia. Ne, dann würde ich es eher hier verkaufen. Na warte, wegen der Quest, oder? Oder wegen was haben wir denn das Werkzeug? Haben wir da nichts? Das steht hier nicht mehr auf meinem Zettel. Dann guckt mal durch. Das geschmult, das ist das mit dem Saloon. Das sind die Ermittler. Das ist das mit der Waffe, mit dem Mörser. Das sind die Anteile. So eine Sortierung wäre halt echt mal geil. Ja. Aber ganz ehrlich, drei, vier Jahre nach der Entwicklung erwarte ich jetzt nicht, dass da noch ein Patch zukommt. Der hat hier mal... Ne, könnte sein, dass die an einem zweiten Teil oder sowas arbeiten. Das weiß ich nicht. Das kann zwar gut sein, aber weiß ich nicht. Also wir haben keine Transportaufgabe für Werkzeug. Wir können ja gerne mal in der Stadthalle gucken. Werkzeuge nach New York wären da gerade... Ne, da würden wir noch mehr kriegen. Gut. So. Dann verkaufen wir das mal für 1.360. Dass wir das gar nicht viel verkauft haben, ist seltsam. Vielleicht waren wir da schon so durch beim letzten Mal, dass wir gesagt haben, ne. Ich weiß nur, die letzte Folge hat schon eine dezente Überlänge gehabt. Vielleicht haben wir gegen Ende einfach nur noch abgebrochen oder so. Mhm. So. Also wir fahren nach Philadelphia. Passagiere haben wir kein... Der Zettel ist auch vorgeschrieben vom Andro, weil es uns diesmal erwartet. Es ist eh immer nur diese kleinen bunten Notizzettelchen. Die auf der einen Seite kleben, also... Okay. Post-its. So post-its, genau. Also sehr viel in Norden wollen wir machen. Davon darf man nicht laut sagen. Ab in den Norden? Wieso? Doch, hier, das ist sogar original post-it. Namensrechtlich geschützte Artikel. Okay. Also, nein, das ist jetzt ein, du hast ein Zollwissen. Wenn du importierst und du importierst Klebezettel, du darfst sie nicht post-it nennen, dann gibt es sofort Kontrolle von Zoll. Okay. Es sei denn, du hast original post-it. Mhm. Okay. So, oh, Philadelphia. Guck mal, hier sieben Einheiten Pelze. Für 1, 2, 7. 1, 2, 7. 1, 2, 7. 0. Ja, das nehmen wir doch mal, kriegen wir das hin in elf Tagen wieder lockert, ne? Elf Tage. So. Äh, dann haben wir noch Platz für elf weitere Einheiten. Gedöns. Ich nenne es jetzt mal Gedöns. Waren wir direkt nach Philadelphia? Ja, würde ich sagen. Einfach um diese Liste mal grob abzuarbeiten. Wenn wir jetzt überall noch jeden Zwischenstopp mitnehmen, dann werden wir mit der Liste glaube ich heute gar nicht mehr fertig. Hm. Äh, was hat denn die Stadt hier überhaupt? Die Stadt hat... Äh, Nahrung. Könnte man für Philly mitnehmen. Ja, Baumwolle? Das erste. Baumwolle, die 17,9. Ne, hat Philadelphia mehr und die günstiger. Also eigentlich nur Nahrung. Okay. Ja, Schmuck ist hier 160 und in Philadelphia... Oh doch, Schmuck könnte man noch. Schmuck, die Schmuck. Ähm, und hier die Axt. Wie sieht es mit der Axt aus, mit Werkzeug? Die haben wir gerade hier verkauft, weil die in Philadelphia günstiger waren mit 43. Wir haben sie hier für 95 verkauft. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir Schmuck. Schmuck, die fünf Stück, die wir haben. War ein bisschen schwerer, aber es sollte trotzdem klappen. Es sind nur fünf Einheiten eh vorhanden und den Rest fülle ich jetzt einfach mit Nahrung auf. Das war ja auch... ...ein wenig Gewinntreiben. So, und dann setzen wir mal Kurs... ...Zirkel setzen. Ach nee, das war was anderes. Ankerlichten! Genau, volle Fahrt voraus! Wir sind nicht so nah am Wasser. Ja, auf jeden Fall geht es gleich noch näher. Also ja, wenn wir nicht bremsen, dann sind wir im Wasser. Ja. Irgendwann kommt Bremsen haben es Versag. Sie sind in den Bahnhof eingerasst, tot. Ende. Kampagne verloren. Oh je. Nee, wir haben immer noch kein Alkohol dabei, danke sehr. Tut mir leid, Soldat, eure Vorrede sind einfach super für euch. Es muss doch dabei sein. Wie viele Stempelbücher mittlerweile schon voll sind bei uns hier, ey. Ihr kennt das noch von früher vom Reisepass. Ja, stimmt, ja. Da weiß ich ja, da, 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 da. Da hat man immer gesammelt. Ja. Geil, noch ein Stempelbücher. Wo man schon überall war. Und irgendwann, ja, ich sitze voll, du musst abgeben. Nein! Das war doch mein Sammelalbum. Weil ich keinen Bock auf Panik. So wie bei den Ärztebesuchen, da hat man auch so ein Ärzte-Dinges bekommen. So ein... Ja, Zahnarzt kann ich das, das Zahnarztheft. Ja, generell für Ärzte, ja. Okay, weil bei den normalen Ärzten habe ich das jetzt nicht. Mit sämtlichen Impfungen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Oh doch, der Impfpass. Oh, das war ja allerfrühste Kindheit. Okay. Der ist ja mittlerweile digital. Und du? Das ist ja alles in dieser Gesundheitskarte irgendwie mit drin jetzt. So ein großer Bär. So, was wollen wir jetzt eigentlich in Philadelphia? Wir haben abgeschlossen... Einen Bären suchen. Pelz nicht abgeben. Da machen wir doch mal zuerst. Ich kippe Bären-Ditrain. Bären-Ditrain. Auch nicht schlecht. So, sprich mit Zira da unten. Zack. Bitte beeilen Sie sich. Ich brauche diesen Job. Stellen Sie sich vor, dort könnte ich eine 2-6-0-Lok bauen. Willkommen in Philadelphia. Ja, viel Glück beim Bau ihrer... Achso, Entschuldigung, das ist dein Text. Lock. Gut, wie? Ich war so... Ich war so im Flow gerade. So. Genau. Philly hätten wir jetzt eigentlich abgeschlossen. Wir könnten gleich Kurs nach... Schickle-Doodle, wie heißt es, da oben in New York setzen. Walter hätte ein Level-Up und der James auch. Bitte, diesmal irgendwas mit Lock-James. Das wäre mal ganz geil. Ja, Ingenieurstufe ab. Nice. Sehr schön. Die ist wohl immer... Immer her damit. Ja, Inventar kann er eigentlich so behalten, wie es ist. Eventuell noch was auf den ersten Platz. Ja, vielleicht eine Heilung mal, ne? Ja. Hier ist ein Getränkefläschchen. So, und wir selbst. Er ist so auf sich nieder. Boah, Stärke. Ja, klingt gut. Muss stärker werden. Für diejenigen, die das noch kennen. So, Richmond. Ne, das ist die falsche Richtung. Ne, jetzt zu weit weg. Auftrag für New York. Oh, tatsächlich. Drei Einheiten Schmuck. Ist nicht viel, aber nehmen wir mit. Niedlich. Niedlich. So. Anlieferung für den 14 Einheiten Schmuck. Ne, so viel haben wir nicht dabei. Wir haben nur fünf dabei. Das heißt, die fünf könnten wir hier... Verkauf... Warte mal, was liefern wir jetzt an Schmuck in New York? Schmuck. Schmuck, ja. Drei Einheiten. Ich schmuck hier wertvoller oder in New York? Hier definitiv zu verkaufen. Okay. Ja, Schmuck haben die gar nicht. So. Das heißt, wir kaufen so, ne? Drei verkaufen, dann bleiben fünf übrig. Von acht. Ja, genau. Und wir brauchen ja drei Einheiten. Ich mach mal jetzt erstmal so. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? Fünf, okay. Fünf haben wir jetzt noch. Das heißt, so nochmal. Du möchtest drei Kisten Schmuck vorladen, auch für die. Ja, genau. Dann passt das. Die habe ich jetzt noch übrig gelassen. So, die Nahrung können wir noch rausknallern. Die war ja auch nicht in der Nachfrage. Und dann können wir jetzt hier noch vollknallen, was in Philly für New York so vorhanden ist. Ich glaube... Ne. Medizin war es schon mal nicht. Tatsächlich sogar Werkzeug wird gehen. Und das erste. Aber da ist... Ja. Das erste hätte einen Vorteil von der Geschwindigkeit und Gewicht. Weil die Gewinnmarge ist, glaube ich, bei beiden. Ja, dann nimmst du die Baumwolle. Ja, wir können eh nicht so viel Werkzeug, glaube ich, auf einmal mitnehmen vom Gewicht, ja. So. Ding, 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 ding. Jo, alles andere haben wir. Haben wir vielleicht noch einen Passagier für New York, jemanden gebaut? Nix. Niemand, der nach New York möchte. Niemand will nach New York. Da, 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 da. Okay, das ist eine schlechtere Lok. Chicago Pioneer. Oh, was ist das hier? Ein Heilungsvorgon? Ein Sanikitätsvorgon? Ja. Die Heinen dann... Ich habe den nie verwendet, aber... Ist ein Krankenhaus auf jeden... Offensichtlich kann man den da reinstellen und der heilt während der Fahrt. Ist aber ganz schön teuer, das Ding, wa? Ja, und ein bisschen schwer auch halt wieder. Wieder zwölf Tonnen. Also nicht. Dann nimmt man halt Medizinflaschen mit und fertig. Ich glaube, das ist eher so spezialisiert, dass wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt speziell auf Kampf gehen, dann packst du vielleicht sowas rein. Aber ansonsten eher für den Standard. Wir machen ja eigentlich immer alles. Wir machen immer Passagiere, immer Fracht nach Möglichkeit. Ich glaube, für uns bietet sich das einfach so gar nicht an. Aber ich habe das auch so gemacht. Ich habe auch immer alles gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man sich spezialisieren kann, weil man hat ja doch immer wieder Quests, liefere den und mach das. In der Kampagne, aber es gibt ja auch noch das Endlos-Game, wo du quasi dich so ein bisschen freier feiern kannst, oder? Ah, okay. Ja, wahrscheinlich. Und da kannst du vielleicht sagen, ich jag jetzt mal die ganze Zeit nur Banditen und level damit irgendwie hoch und so. Das habe ich nämlich auch in Guides gelesen, aber ich selber habe eben immer eigentlich alles in die Weltkarte irgendwie auch noch so ein bisschen mehr im Nachtmodus dargestellt werden würde. Das ist jetzt mal so ein Hallo-Wache-Effekt hier. So, in New York, erstmal abgeben. Achso, ist noch zu früh. Ja, dann springen wir ein bisschen vor. So, hier eure Dreieinheiten Schmuck. Anlieferung von Schmuck, von Werkzeugen. Uuuhu, Alter, so viel Geld, ey. Ja. Okay, so, das haben wir erledigt. Dann können wir mal ganz kurz zur Bank heben. Müssen wir da nochmal her, nach New York? Auf unserer Liste erstmal nicht, ne. Okay. Irgendwann sicherlich. Ich lehne es jetzt nicht ab, aber... Wegen der Anlieferung jetzt von dem Schmuck. Ist schon eine satte Belohnung, aber... Wie lange gibt es die Tage? Der Dave, wir hatten keinen Schmuck und... Ich weiß, wo Schmuck wäre, auch in der Menge. Und die Tage hätten wir Zeit. Und dann müssten wir halt unseren Plan verschieben. Ja, ne, oder? Weil es müsste in der Theorie... Wir haben dabei auch recht viel Geld. ...in der Theorie in Buffalo sein, genau. Also der nächste halt, wo wir eh hinfahren, das wäre da, wo der Schmuck günstig wäre. Okay. Dann noch einmal zurückkommen, abliefern. Und dann den Regeln lernen wir ewig weiterfahren. Wir haben aber echt viel Geld, muss ich auch sagen. Okay. So, aber in Depot können wir trotzdem mal eröffnen, würde ich wieder sagen, oder? Das ist ja kein Unterschied. Und Pink hatten, hatte ich glaube ich gerade schon zweimal draufgeklickt. Bist viel hier. So, zweieinhalb. Zack. Pink hatten, wie lange haben wir da Zeit? Ich habe es gerade eigentlich verlängert, 170 Tage. 170 Tage, okay. Passt. Sollte, sollte lang. So, wenn wir ein Passage hier verbrauchen, nur sechs Tage. Den nehmen wir schon mal mit. Ja. Warte mal, der Chicago, das wäre unsere nächste Stadt. Zwölf Tage. Oh, das klingt ganz gut eigentlich. Ich gucke gerade mal, wie lange wir derzeit nach Chicago hier hinten bräuchten. Fünf. Sollte machbar sein. Nehmen wir den gleich mit, ne? Würde ich auch sagen. Chicago. Da. Zack. So, Passagiere wäre voll. Wir sind noch voll mit Fracht. Ja, wir haben nämlich noch Baumwolle. Gibt es hier eine Anlieferung? Da gab es keine Anlieferung, ne? Ne? Okay. Ja. So. Frische Baumwolle, Freunde. So, was hatten die Stadt für eine Aufträge? Sind ja die nicht wirklich auf dem Weg. Buffalo. Buffalo. Oh, da. Ja, nicht gerade viel Geld, aber. Ja. Ich glaube. Ich war gar nicht. Für den guten Ruf, auch wenn das eigentlich, glaube ich, die Städte sind hier oben, wo wir immer noch einen guten Ruf haben, überall. Ich glaube, am schlimmsten ist es in Knoxville, oder? Wieso heißt das eigentlich Spartanisch? Was meinst du, wo denn? Das Wort. Weil ich gerade, wenn ich gerade überlege. Wenig heißt doch eigentlich Spartanisch, oder? Ja. Ich glaube, weil die alten Spartiaten sich mit wenig Genügsamkeit zufriedengaben in ihrem Leben. Die haben sich nicht mit so viel Tant umgeben, vielleicht. Oder weißt du, wenige waren dann in der Schlacht gegen die große Perser-Überzahl? So was? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich vertraue auf dich. Geht einfach auf Wikipedia, kopiert den Text und schreibt es in die Kommentare. Denkt nur an die Zeichenbegrenzung, die es, glaube ich, gibt. Anno, ich habe gerade eine Nachricht von dir bekommen über Skype. Ach, guck mal, ist sie jetzt mal angekommen. Hey, hör die. Ja, Skype ist immer noch so eine Wundermaschine, die ich... Naja, nicht mag. So, New Yorker Nummer Velo. Wir hätten... Nö. Nö. Öl könnte man... Pelze würden gehen... Tabak würde gehen. Ist leicht und so gut Gewinnspanne. Oh, Stoffe. Aber Stoffen sehe ich uns doch. Ziehen wir uns den Stoff mal rein hier. Klumski. Guti, da... Ach, nee, wir... Nein! Nein! Ach, bin ich blöd. Was wollten wir denn machen? Wir wollten in New York zwölf Waffen holen. Ja gut, dann lagern wir halt mal ein bisschen Stoffe hier wieder. Oh. Ja, okay. Alter, bis auf eins. Ähm... Moment, das ist dann so? So, dass eins überbleibt, ja. Warte, ich muss das aber ziehen. Ich muss das... Oder? Ich hoffe, dass es immer nicht geht mit diesem Verlagern. So. Hier jetzt zwölf rüberziehen. Ja, zwölf. So. Und Waffen hätten wir gerne. Zwölf Stück, genau. Perfekt. So. So, wie geht es sich gerade gut aus? Dann... Die, 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 die... Auf nach Puffalo. Oh, das hat gerade voll aufgeblitzt, die Lok. Ja, die ist blank poliert. Die Hürte so. Oh. Hm. Mach mal ein Nein und speichere vielleicht mal. Schreibst du wieder mit, Leute. Sorry. Aber es ist doch schon die richtige Stadt, wo wir jetzt die Waffen hier hinliefern, oder? Ja, ich finde, diese Aufgaben werden nie wieder... Ding, ding, ding. Buffalo, Buffalo, Buffalo. Das ist der Passagier, das ist das Tabak, das ist der Chicago Freckle. Das ist der. Buffalo, da war es. Fahrer nach Buffalo. Sprich mit Henry für die Genehmigung. Munition, übergib die Munition an Henry. Ja, dann ist es das. Okay, und das waren auch zwölf Einheiten, ne? Steht wieder mal nicht da, geil. Aber hier steht zwölf Waffen auf meinem Zettel. Von New York nach Buffalo. Zwölf Waffen. Okay. Da werden wir sicher gewusst haben, was wir da hinschreiben. Jo, jo. Oder schauen wir mal, bei Genehmigung steht irgendwas von Waffen. In der Quest, Genehmigung, steht irgendwas von zwölf. Ähm, meinst du jetzt hier? Die zweite jetzt von oben. Die hier? Ja. Ich schaffe die Transportgenehmigung. Die Genehmigung kriegen wir, wenn wir die Waffen, die Laffen, genau. Die Waffen liefern. Mhm. Okay. Irgendwo bin ich der Meinung, stand hier vorhin noch irgendwas mit zwölf. Aber vielleicht, weil wir jetzt die eingeladen haben, dass es so wieder... ...verschwunden ist. Die ist wohl wieder Weg. Na, wir werden es eh gleich sehen. Gucken wir mal, ob es klappt. Das sind nur zwölf. Wir wollten aber dreizehn. Das hat mal geklappt. Nice. Sehr schön. So. Und an wie geben wir das Ganze jetzt ab? Ähm, der Charles, oder? Ne. Charles Fisk. Ähm, Henry Jackson Hunt. Müsste das sein. Was ist denn der? Der steht da rechts. Da. Haben Sie sich verlaufen, beschaffen Sie die verdammte Munition oder ich vergebe den Diktator-Auftrag an jemand anderen. Ja, bitte. Wir sind viel zu freundlich. Echt mal. Sehr schön. Und? War es so schwierig? Sieht aus, als wäre es genug Munition. Hier ist eine Genehmigung, die Sie wollten. Verlieren Sie sie nicht. Danke. Alter. Diese Texte. Ja, echt mal. So. Das haben wir dann auch erledigt. Auch von dem Macher von Star Trek Timelines. Diese Texte. Na, kann nicht sein. Dafür ist das Deutsch viel zu akkurat einklicken. Ja, stimmt. Es sind zwar manche Verhaspler drin, aber nicht ansatzweise so viel. Vor allem, wo ist das kleiner als schräger B größer als? Ach so. Das müsste ja hier bei jedem dritten Text kommen. Ja, stimmt. So. Tabak haben wir abgeliefert. Jetzt haben wir noch eine Tonne Stoff. Die werden wahrscheinlich je nicht hier im Auftrag los. Einfach raus. Oh, guck, was da steht. 13 Tonnen Eisen. Die stehen hier, glaube ich, schon seit einer geraumen Ewigkeit rum. Seit drei oder vier Aufnahmesessions. Die müssen gleich schon anfangen zu rosten hier. Kann Stahl, Edelstahl rosten nicht, oder? Ich weiß es nicht. Dachte schon. Mach ich's? Habt ihr den Konto? Ich dachte, man macht immer alles mit Edelstahl, weil es eben nicht rostet. Aber kann auch sein, dass ich mich jetzt völlig in den blanken Hohennessel setze. Wegen Edelstahlkochtöpfen und so, weißt du? Dachte ich jetzt. Ja, die müsste ja auch erst behandelt werden, oder? Dachte ich. Also es gibt ja... Na gut, hier steht halt Stahl. Das ist andere als Edelstahl. Keine Ahnung, ob das dann Feuer verzingt. Warte, weiß ich nicht. Frag einen Handwerker, oder? Ich bin ich. Handwerker, hollig, hallo. Ja, genau. Kurze Frage. Wollen wir, weil wir jetzt gerade haben wir... Ach doch, wir haben eine Aufgabe mit Zeitdruck, ne? Verdammt, die nach Chicago. Okay. Wegen Reparieren und Heilen. Wegen Reparieren und Heilen. Ja, weil der Zug hat ein bisschen was abbekommen. Die Personen hier haben ein bisschen was abbekommen. Aber dann nicht. Dann müssen wir weiter, Freunde. Okay, hier haben wir kein Brief. Haben wir eine Aufgabe für Chicago? Liegt noch was auf dem Weg nach Chicago? Ähm, Detroit. Und Cleveland? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, Detroit und Cleveland, ja. Okay, Detroit habe ich jetzt nichts gesehen. Cleveland. Weischüch nicht. Othika, Anlieferung, St. Louis, Indianapolis, Knoxville. Ja. Aber kann es sein, dass die Aufträge immer luxuriöser werden? Also diese Aufträge, wo mehr als tausend geboten werden, das wird irgendwie immer mehr gehen, je weiter wir spielen, oder? Ich glaube nicht. Wir hatten gerade sehr viel schlechte auch. Wir hatten ja so 200, 300 jetzt auch gerade. Okay. Aber ich bin der Meinung, am Anfang waren es wirklich nur so ganz below-Dinger. Und jetzt eben mit 4000 der eine da mit dem Schmuck und hier nur tausender fast. Ich meine, vielleicht ist das auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, oder es kommt auf den Ruf drauf an. Oh, auf den Ruf. Das kann natürlich auch sein. Die vertrauen uns schon so, dagegen sind sie auch mal bessere Lieferungen. Ja. Pittsburgh, Portugal, Detroit. Also wir könnten den Maddox in Detroit abliefern. Maddox. Ach, das war doch auch Star Trek. Ich habe kurz überlegt, woher ich den Namen einholen soll, aber danke. Ich überlege auch gar, Maddox, Maddox. Maddox, 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 was war das noch? Ja, wenn wir gerade eh keinen anderen haben, nehmen wir den mal mit. So. Ja. So, dann können wir jetzt ja gucken, was Buffalo zum Beispiel für Detroit im Angebot anfahren hat. Da springen wir spontan schon mal Eisen ins Gesicht, wovon wir 13 Einheiten hier gerade das rumliegen hätten. Also Pseudo gratis. Ja. Packen wir die 13 noch schon mal ein, warum denn nicht? Gehen schon mal gar nichts, viel zu viel kann ja gar nicht als Laden. 11, so. Was können wir jetzt noch mitnehmen? Eh gar nichts mehr. Komm, dann nehmen wir jetzt die 12 und hauen ab. Also wir können auch noch irgendwie 0,8 irgendwas, aber keine Ahnung, was die 0,8 wiegt. Was haben wir denn da gelagert? Ist das ein Passagiergeschichtel? Was ist das hier? Koffer? Neben den Kassen? Ja. Ja, okay. Das ist ein Passagier. Das müsste von dem Mr. Kier sein hier. Mhm. Hier, Maddox. Oh, warte mal, was mir so einfällt. Bevor wir einfach so blind losdüsen. Fünf Tage, sieben Tage schaffen. Wir sollten vielleicht was anderes als das Gratiseisen einpacken, weil sonst schaffen wir die Aufträge nicht. Auch wann du zurück. Alles aussteigen. Aber verkaufen geht auch nicht. Und erst mal wieder zurückbewegen. Sagen wir, es war nichts. Okay, Detroit. Ich meine, im Park würdest du mitnehmen. Ich kann ja mal gerade so, dass es ausgeht, so die Hälfte oder sowas. So sechs Stück mal. Dann mal schauen. Ja, die verkaufen wir mal, ey. So, sechs Stück. Juridisch kannst du es verkaufen, auch den Rest. Ja, das macht aber Verlust. Das ist noch weniger hilfreich, finde ich. Okay, schauen wir mal. Wir würden jetzt aktuell... Ich wette mit dir, die sind am Spieleende auch noch da. Drei... Nee. Sechs Tage ist auch noch zu viel. Wobei, wir sind in Detroit... ...nach... ...drei Tagen. Achso, dann sind wir den los und dann... Das wird Teil nämlich los. Ja. Die Frage ist, ob wir dreieinhalb... Nee, das sind ja schon vier Tage. Das sind drei Tage, 24 Stunden. Das sind eigentlich vier Tage. Die Frage ist, ob wir mit leerem Zug und einem Passagier das hier in einem Tag schaffen. Und wir haben zwei beschädigte Waggons, die uns Geschwindigkeit kosten. In zwei Tage eigentlich dann. Drei Tage und 24 Stunden sind doch vier Tage, oder? Ja, und... ...und wir haben zwei Tage nach Chicago. Nee, mir geht es um den unteren, der... ...der... ...warte mal. Nee, Detroit ist doch vorher. Detroit schaffen wir. Das ist nur vier Tage. Und dann geht sich Chicago auch aus. Das sind ja dann auch drei Tage. Drei Tage. Okay. Oder zwei, irgendwas. Okay. Bulli. Dann... ...ab dafür. Könnte man sogar noch mehr einpacken. Aber das muss jetzt mal. Ja. Zivilistenlager, Christos Salazar. Salazar. ...über, weißt du, warum nicht? Jetzt ist natürlich die große Frage, ist das Salazars Rache aus Flug der Karibik, oder ist es Salazar Slytherin aus Harry Potter? Das müsst ihr jetzt mal in den Kommentaren klären. Oder der von YouTube. Schwacken. Das ist Salazar. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Keine Ahnung. Äh. Habe ich nie geguckt. Na komm, wir haben ja Platz an Bord. So kann ich ja zumindest mal angucken, was er zu bieten hat. Oh, okay. Robert. Moment, Robert. Moment. Das ist unser Bruder. Was macht denn dir da? Okay. Also Bruder, du bist immer noch scheiße. Sorry. Ja. Okay. Okay, interessant. Haben wir den da mal stehen lassen? Eigentlich nicht. Wenn, dann haben wir ihn immer in irgendeiner Stadt abgeliefert zuletzt. Aber hey, er muss ja auch wissen, wo er sein Brot verdient. Ich meine, klar, dass wir unsere Schwester ständig am Bahnhof vorfinden, weil die zieht den Rock hoch und, ne, die verdient halt auf den Weg ihr Geld. Aber... Aber auch so ein bisschen komisch so. Erzählen Sie mir erst, was Sie können. So, hey, das ist der Bruder. Hallo, ich bin dein Bruder. Hallo. Nee, nee. Erst will ich wissen, was du kannst. Jetzt die Familie ist sowieso so ein bisschen seltsam. Ja, das ist alles sehr, sehr komisch. Alle verteilen sich auf den ganzen Globus. Keiner kennt den anderen mehr. Jedes Geschäft des Vaters ist völlig egal. Es ist voll unrealistisch. Heutzutage wird es voll die Erbschaftskriege geben. Nein, ich gebe dir meine Anteile nicht. Weil ich war damals für Papa da und du warst es nicht und bla bla bla. Oh Gott, das ist voll unrealistisch. Das klingt wie so ein klischeehafter Sonntagsabends-Krimi. Der reiche, alte, weiß ich nicht, Besitzer von ganz viel Geld und Haus und sonst was. Und dann kommt es in der Familie. Die Klaus rigen die nie viel. Genau, und dann passieren da irgendwelche Morde, weil die sich gegenseitig ihre Anteile abluchsen wollen. Und so übrigens auch passiert in, wie heißt denn der Fing jetzt? In meiner Familie. Nope. Also doch, bei meiner Familie ist das, ja, kam das schon vor. Mit Erbschaftsstreit. Okay. Also hatte ich nichts damit zu tun, aber dass die dann sauer aufeinander sind über Jahre lang. Und war, na, immer mühsam sowas. Also wir hatten ja gerade jetzt letztes Jahr den Fall, dass mein Großvater gestorben ist. Ähm, und ich hab... Weswegen wir dann auch aufgehört haben mit Two Point Hospital und nur für die Zuschauer. Genau. Also wir können zwar jetzt demnächst auch gerne mal, wenn du Bock hast, auch wieder damit anfangen, aber damals hatte ich echt, also ich hatte eine ziemliche Down-Phase damals. Ähm, deswegen hatte ich auch keinen Bock auf keine Aus-Spiele. Ähm, und ich weiß genau, wie meine Mutter... Und meine, meine, äh, Tante das geregelt haben. Die haben einfach vorher schon... Weil er ging ja vom Krankenhaus, wo die Diagnose kam, mit Krebs und so weiter. Ähm, äh, hieß es dann, okay, eigentlich gleich ab ins Heim. Ähm, weil er sich selbst nicht versorgen kann. Meine Mutter ist berufstätig, meine Tante ist berufstätig. Mein Vater, ähm, der hätte keiner wirklich Zeit gehabt, große Pflege zu betreiben, ne? Ja, außer dann eine Pflegekraft, die mal einmal am Tag vor 15 Minuten morgens reinschneit. Okay. Also kam ja auch selbst auf die Idee, ähm, dann ins Heim, was ja dann direkt im Ort lag. So, ähm, und dann fing es schon an mit der Haushaltsauflösung und da haben sie im Prinzip nur Listen gemacht. Okay, wer nimmt was? Wer nimmt die Töpfe? Am Ende ging es sogar so aus, dass mein Cousin einen Großteil der, ähm, Haushaltsgegenstände bekommen hat, weil der ist jetzt der mit drei Kindern oder so inzwischen. Ähm, und ich mir dachte, was soll ich jetzt hier mit einer Horde an Kochtöpfen, Pfannen oder Schränken, die ich 600 Kilometer durch die Republik haren soll? Macht's unter euch aus. Also ich hab mich da rausgehalten. Es wird doch passen, oder? Man nennt sich dann immer Pfannoholic. Pfannoholic, genau. Und, ähm, ja, alles andere nach dem Versterben haben sie dann gleich gesagt, ähm, 50-50 vom Konto. So kalt es jetzt auch klingt, aber was willst du anders regeln? Mhm. Aber jetzt keine Streiterei wie ich war, aber die, das ganze Leben über öfter für ihn da? Nee. Die haben sich auch... Ich hab ihn 23 Mal besucht und 120 Mal. Die haben sich eh immer unterschiedlich aufgeteilt. Also meine Mutter und mein Vater haben dann immer auch sowas wie lokale Einkäufe dann und dann mal zum Heim gebracht, weil am Heim gibt's ja nicht immer das beste, tollste Essen und sowas, ne? Ähm, meine Tante hat sich dann mehr so um Wäsche waschen regelmäßig gekümmert und im Prinzip jeder irgendwie mal für diese ganzen Außenheim abholen, zum Arzt fahren, da die, die, ähm, das war keine richtige Chemo, die er bekommen hat. Also das war irgendein so Zeug, was die Lungen wieder frei spülen sollte, was auch geholfen hat, weil in der Lunge sich wohl irgendwie Wasser gesammelt hat durch irgendwas. Ähm, mhm. Und der wollte über irgendeine Akkupunkturnadeln, also ich will jetzt gar nicht so ins ekelen Detail gehen, aber im Prinzip jeder hat sich irgendwie Zeit nehmen müssen quasi und so hat im Prinzip jeder irgendwie mal was gemacht. Also somit richtig dieses typische, wie ich eben sagte, Sonntagsklischee aus dem Krimi, dass sie sich gar nicht drum streiten, das kann ich so nicht gar nicht. Und dann hat er jahrelang gestreilt und die reden nicht mehr miteinander. Nee, gar nicht. Guti, ähm, ich würde jetzt weder die Munition noch den Schmuck einpacken, weil beides wiegt nur und das wird unsere zeitkritischen Tage hier nur noch weiter zeitkritischer machen. Ähm, von da, ja. Wir könnten aber den Stahl eventuell loswerden, oder? Wollt ihr den? Ähm, ja. Oh, das sieht nicht so schlecht aus eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Gewinnspanne in der Stadt Detroit wäre, aber... Oder wir hauen den Stahl raus hier und nehmen uns was anderes mit? Äh, ja, warte, die Detroit erlaubt, glaube ich, Waffen. Ja. Detroit würde Waffen erlauben, wo wir ankommen gleich. Soll ich Stahl gegen Waffen tauschen? Ja. Dann machen wir das mal so. Also 15 Tonnen gegen... 6 für 6, ja, passt. 6 für 6, okay. Äh, was war das andere, was wir mithaben? Brauchen wir das? Ist immer noch die Kiste vom Passagier, wenn du das meinst. Wir haben nur 7 mit und es geht nicht mehr? Ne, mehr sind nicht da, es ist alles Munition, was da ist. Ach so, alles klar. Wie schaut's mit dem anderen aus, mit Schmuck? Ja, könnten wir auch nochmal 7, das sind nochmal 10 Tonnen, also insgesamt hatten wir, glaube ich, gerade 15 Tonnen Stahl weggepackt und das hier sind schon 12 Tonnen Munition. Also, wir könnten für 3 Tonnen so, dann nehmen wir 2 Tonnen Schmuck mit, dann hätten wir, glaube ich, ungefähr das Gewicht vom Stahl wieder drin. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob wir es gut verkaufen können, aber für die 2, ja, nehmt mit. Also, ich schaue mal ganz schnell, Detroit, Schmuck, 166, naja, für 30 Gewinn, komm, was soll's. Passt. So, Robert, mach's gut, wir sehen uns irgendwann mal. Wer den Penny nicht ehrt, ne? So, haben wir zufällig irgendwas zum Anliefern hiermit? Wer den Penny nicht ehrt, ist die Railroad Company nicht wert, oder? Genau. Aber warte mal, gibt's hier, gibt's hier, gibt's hier einen Zillow? Anlieferung? Ne, schade. Ja, Anlieferung hab ich geguckt, da war eigentlich nix mit, ähm, da war hier Alkohol nur und, ähm, Werkzeug woanders hin. Also, generell andere Stücke, meine ich. So, Waffen raus, Smuck raus, die 2, die wir haben. Heute stehen hier jetzt so Gatling ganz rum, das ist ja auch so, als ob ich eigentlich den Krieg ziehen wollte, ne? Ja, die müssen wir eh kaufen, oder? Ich hoffe, die Dictator-Mörser-Kanone. Die ist bei Cincinnati. Genau. Ich denke auch, die, ähm, die Dictator-Mörser wird wahrscheinlich auch keine Gatlingan sein, oder? Ja, komm mal. Schon. Mörser ist eine Gatlingan? Okay, das ist ja eine komische Beziehung. Okay, mir sagt der Begriff nix. Mörser? Aber, mhm. Das sind, kennst du diese, diese Rohre, wo sie so eine Art Granate reinlöffet und dann macht's flieg. Ah, okay. Und dann fliegt das Ding irgendwo hin, dass du es eigentlich nicht so kennst. Ja, die gibt's aber auch dort, also am selben Platz zumindest, zu kaufen. Ah, okay. Äh, wir könnten auch den zweiten Passagier für Chicago mitnehmen, nächste Halt. Fünf Tage. Ja, fünf Tage. Schaut gut aus. Das sollte sich dann ausgehen. So, ähm, Heine ist natürlich leider hier nicht drin. Wie lange brauchen wir denn jetzt rüber? Können wir vielleicht noch irgendwas Leichtes mitnehmen? Drei Tage haben wir. Äh, drei Tage und fünf Tage. Genau, wir brauchen derzeit einen Tag. Ähm, so wie, so wohl. Klick mal aufs I bei, bei den drei Tagen. Einmal nur, vielleicht sind's über drei Tage. Drei, vier, okay. Drei, vier, ja. Und hier sind's, na gut, fünf, fünfzehn. Ja, nicht so wichtig. Wenn wir die drei nicht einhalten können, ist es eh schon zu spät für alles, würde ich sagen. Detroit nach Chicago. Baumwolle. Komm, das Zeug ist doch leicht, oder? Ja, Baumwolle sieht ganz gut aus. Okay, wollte gerade schauen, ob noch irgendwas besonders geil ist. Achso, ähm. So, es ist die Stoffe zum Beispiel. Nee, nicht so wirklich. Nicht in Chicago zumindest, ähm. Nee, dann, wir haben Baumwolle. Die haben sie nicht, okay. Zack. Alles ist doch wirklich superleicht. So, ich weiß, wir haben schon wieder eine gewisse Überlänge drin, aber ich würde sagen, dass wir das mit Chicago machen noch eben hier fertig. Dann haben wir nämlich schon mal einen guten Schwung von der Liste hier abgegeben. Ja. So. Lief echt ganz gut, ohne dass irgendwelche neuen Sachen dazukamen. Ja. So, Anlieferung von Baumwolle ist leider nicht dabei. Dann können wir die hier verscherbeln. Mhm. So. So. Fall nach Chicago. Sprich mit James Fisk über seine Anteile. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt kommen die neuen Aufgaben. Er hat sie geschickt, oder? Also dann, tun Sie's. Aber tun Sie's schnell. Geschickt? Wovon reden Sie, Mann? Mann. Tut mir leid, ich bin in letzter Zeit ein wenig nervös. Ich schlafe nicht besonders gut. Wieso? Edward Stiles Stokes, alter, was das schon für ein Name ist, hat sich in meine Helen Sophie verliebt und will mich aus dem Weg schaffen. Ich brauche jemanden, der sich um ihn kümmert. Sie wollen, dass ich ihn umlege? Ja, die ist ganz lustig, die Quest. Ach, die kennst du? Okay. Mhm. Nein. Oder? Ja. Ich meine, Überfälle passieren eben, nicht wahr? Was würde so ein Unfall denn kosten? Also rein hypothetisch gefragt. Ich frage auch nur für einen Freund, wissen Sie? Das obere, oder? Nun, wenn sie wirklich jemand gerne ihre Anteile an der National Pacific Railroad haben wollte, dann könnte das schon ausreichen. Also rein hypothetisch. Dass wir so tief stapeln, dass wir nicht sagen können, hier Anteile um 10.000 oder so. Ja, ne? Abgebracht. Er lebt in Charleston. Aber denken Sie daran, kein Wort zu irgendwem. Es muss wie ein Unfall aussehen. Keine Sorge, ich bin Profi. Eben Leute umbringen kann man so. Ja, genau. Pack mal wegen QS Expedition nach. Oh Gott. Ja, das sind zwar meistens unsere eigenen, die wir umbringen. Oder Ureinwohner. Ist die zeitkritisch? Ich glaube nicht, oder? Ne, hier ist nichts zeitkritisches mehr. Nur noch das Depot und die Erneuerung von Pinkertons. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch zurück nach Detroit, weil da gab es ja gerade einen... Was zum Heilen? Ja. Kurz mal alles durchheilen. Einmal durchheilen. Oh, und wir könnten den Tibacy abgeben, unten wieder irgendwo. Ich weiß nicht, wo wir den aufgeschnappt haben. Charleston, das würde sich eh anbieten, weil wir haben ja diese Quests gerade für Charleston bekommen. Was geben wir denn, der Mechaniker 2 oder Händler 2 oder soll er einfach mal einen Schluck Wasser trinken? Das Vorteil ist, wenn wir ihn einfach nur den Schluck Wasser trinken lassen, dann müssten wir ihn schon mal nicht mehr kostenpflichtig heilen im Krankenhaus. Ist ein bisschen kackendreist, aber... Ja, komm, trink mal Wasser hier. Trink mal ein Glas Milch. Oh, Milch für den Milch-Bubi. So. Guti. Ja, dann... Sollen wir zurück nach Detroit und das machen mit dem Heilen? Ja, aber in der nächsten Folge. Also könnten wir es außerhalb der Folge machen. Dann, liebe Freunde, bedanke mich beim Valu fürs Mitmachen. Gerne, gerne. Oh, dann sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Hummel, hummel. Mach's, mach's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020